So, neues professionelles Schatzsuchgerät mit 1000 Funktionen. Die können hierbei im Allmetallmodus, Diskriminator, Schmuckmodus, eigene Einstellungen oder Suchermodus nur für Münzen gehen. Sie können das einstellen über den Diskriminator und die Sensitiv oder den Pinpointer und die Balance einstellen. Das Gerät macht einen automatischen Bodenabgleich und schon geht's los. Eine Cola-Dose, eine Power geben oder eine Münze, wird ziemlich genau angezeigt auch, ist eine Münze. Abziellasche, zahlt er uns per Symbol an, Abziellasche oder 1 Cent oder 25 Cent oder einen Dollar oder ein Nagel, wird alles bestens gezahlt. Die Suchtiefe ist hervorragend, denn hier im Lufttest, ganz toll. Das Gerät ist wassertauglich, die können es unter Wasser halten. Auch hier im Wasser sind Schätze vergraben. Und dann geht's hier am Landfest weiter mit dem Pinpointing. Ein richtig gutes Gerät, ist baugleich mit anderen Herstellern, die man kennt. Hat eine stabile Armstütze, in der Länge verstellbar. Spule kann geklappt und auch in den Rucksack montiert getragen werden. Richtig gut. Für wenig Geld bekommen sie gute Leistung hier. Batteriebetrieben, ein absolutes Spitzengerät.